Danke aus und warte auf euch! Gebt ein Signal, wenn ihr Benzin habt! Ein Signal? Womit? Leuchtkugeln aus dem Waffensack. Waffentasche? Hallo, liebe Leute! Willkommen bei Let's Play Left 4 Dead 2! Ich bin der Muff Muff und möchte mich beim Tobi-Nator offiziell entschuldigen! Hallo, Tobi! Nein. Aber Tobi, es tut mir leid, ich wollte euch doch nur kämen, weil ich doch schon 14 bin! Nein. Deine Mutter ist witzig. Ja, das stimmt! Die hat schon so früh ihr Kick bekommen! Boah, dann kriegst du ja Arschpusteln, wenn du die ganze Zeit so redest. Arschpusteln. Vor allem dein Mikro geht kaputt davon. Dann sagt er, weißt du, oh nea. Hui! Ja, wie geht's euch denn heute, Jungs, nach den letzten Folgen? Nett mal deine normale Stimme zu hören. Nach den letzten Folgen, wie geht's euch denn da? Oh, ne Robbombe. Ähm, wir sind motiviert, wie immer. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil wir jetzt mit das Schwerste eigentlich rumhaben. Ich glaub, so schwer wird's nicht mehr. Ja, das haben wir auch richtig in den Kommentaren geschehen. Wir sehen endlich mal was anderes hier. Ähm, wir müssen noch ganz kurz aufklären. Ich auch ne Witch, ne Witch, ja. Witch, Witch. Wir müssen noch ganz kurz aufklären, dass das hier, wir spielen uns die vorletzte Kampagne von Left 4 Dead 2. Und es gibt noch die Kampagne, so wie der Taros uns vorhin gesagt hat, von Left 4 Dead 1. Und wir haben uns jetzt erstmal überlegt, dass wir... Ja? Au! Aaaaa! Patrick, Patrick, was machst du denn? Ja, dass wir erstmal die Kampagne von Left 4 Dead 2 fertig spielen. Dann machen wir ein Päuschen mit dem Spiel und dann geht's weiter. Weil, ne, man muss ja mal was Neues probieren. Oder, Jungs? Wie seht ihr das? Ja, so sieht's aus. Wir verraten noch nicht, was wir spielen. Ja, ich sag nur... Ich sag nur... Oh, Entschuldigung, Yannick. Das brauchen wir noch nicht zu schießen? Mach einmal bitte den, äh, Yannick, äh... Sascha. Wie macht man den denn? Passt auf! Jan-Igg wees auch nicht. Alter. Tobi, ernsthaft. Ja, aber das ist die Aura von Sarraza, der hier gerade oben auch im TS ist. Ja. Und das wird's noch schlimmer dieses Mal. Aber das Gute ist, hier in den TS-Lot passen nur vier Leute rein. Also sie werden von schlechten Witz... Nee, vier von sechs steht da. Was? Aber Tobi! In dein Gesicht, in dein Gesicht. Ja, Patrick! Aber der, äh, der, äh, Sarraza hat natürlich auch schon Left 4 Dead gespielt, aber natürlich nicht so super wie wir, ja? Nein! Das ist so taktisch. Taktisch? Taktisch! 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 Nimm mich mit ein... Ein Tick-Tack! Alter, Dennis, wenn du nochmal liegst, ne? Alter, du bist so dumm. Alter, ich... Was ist los bei dir, Patrick, Alter? Wie, wenn ich nochmal lieg? Was hab ich... Äh, da war auf mich zu schießen, um Mongo-Geburt. Ein Monat. Hat der Vater dich wieder nicht angelassen, Alter? Mit ner Katana! Ah, bleib stehen, Oma, bleib stehen! Was ist los? Au! Höh, höh! Ah! Alter, das fängt ja wieder richtig gut. Alter! Hattig, warum heilst du dich denn nicht? Du hast doch ein Dings dabei. Ein Medi... Ne, sag ich jetzt nicht. Sag ich jetzt nicht. Ein Medi-Set? Ne, ich wollte jetzt... Ne, ich sag nichts. Sag, komm, Tobi, hau raus! Na, ich kann nicht mehr. Komm, Tobi, hau raus! Ne, ich kann doch nicht Mediakraft-Kit sagen. Geht nicht. Pass auf, gleich kriegst du... Ah, ich darf das ja nicht sagen. Dann nachher kriegst du noch schlecht ab. Oh, das hat er gesagt. Was? Hat ja... Ah! Bist du noch damals, als wir bumsten, bis die Betten krachten? Als wir noch was sahen mit unseren Augen? Verstehst du? Den hast du jetzt nicht verstanden, ne? Doch. Bumsten, bis die Betten krachten? Ja, und dann mit unseren Augen, wenn du... Ne, okay, er hat nicht verstanden. Ne, ich glaube nicht. Krachten, Christian, krachten. Alter. Heißt ja nicht Christoph. Ich habe extra den Namen falsch gesagt. Siehst du, ich kenne den Mann nicht mal. Was? Ich habe extra den Namen falsch gesagt. Und der hat immer so kleine Augen. Als ob der immer so saure Bonbons ist. So, mieser scharf, äh, sauer. Also, kennst du den Leuten, die mir das Gesicht dabei so verkneifen? Ja, ja. Aber ich sage jetzt nicht, wie der für mich aussieht. Lass uns das Thema wechseln. Komm, wenn du ein Mann bist. Ne, ne. Oh, Tobi, wie du früher mal ein Mann warst. Hilfe, 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 Hilfe. Ja, jetzt eine Frau. Ja, aber wir wollen jetzt nicht mehr auf das Thema eingehen. Wir müssen uns jetzt niveauvollen Themen erwähnen, und zwar den Zombie-Abschlachtungen. Oh, hier gibt es eine... Hilfe. Alter, Tobi, was ist denn los mit dir hier? Ah, Tobi. Da helft mir halt nicht. Ja, ich bin doch dabei, Tobi. Mann. Ist schon okay. Ein bisschen Vertrauen, ja? Ne, ist schon okay. Geht's. Heute gab wieder einen rausgeballert. Ja, ja. Vorsicht, Taschnampe aus. Geht, 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 geht. Ist noch ein Hello Kitty-Pflaster? Also weggehen wir nicht, mich hier bücke, bitte. Dennis ist tot. Oh, Dennis, was machst du denn? Denkste. Ah, ha, ha, ha. Das Taschnampe aus. Er schießt sie an. Ich höre nicht auf unterbelichteten Jungs. Wir lassen dich gleich dann liegen. Wir waren ja mit dem Taros in Need for Speed, Leute, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ihr mir eine Dunkleit an das Bein gefasst habt, ne? Nicht auch. Oh. Toll, Sascha, toll. Ich bin hier nur von Profis umgeben, echt. Was bist du denn für ein Mongolit, Alter? Oh. Oh, hier liegen ja Pfeffen. Oh, hier liegen ja Waffeln. Oh, jetzt noch eine leckere Waffel mit Erdbeer, Alter. Oh, oder ein Döner. Oh, jetzt ein Döner, Tobi, ne? So eine Waffel mit Döner, egal. Wir haben einen Döner an der Waffel gewickelt. Du hast einen an der Waffel. Du hast einen, ja. Weißt du, sagt Patrick Hasberg. Hasberg? Alter, ich werde schon wieder gezogen. Ja, sei froh, dass ich da will. Oh. Tobi! Warte, 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 ich komme. Ich bin gestolpert. Wir kommen bei den Pro-Playern hier in Left for Death. Das ist Tuma. Oh, Gleichberechtigung, das finde ich gut, Sascha. Das finde ich gut. Wieso? Gleichberechtigung, auch für Tobi. Auch für Tobi, ey. Tobi wäre ja nicht beleidigt. Ja, er ist halt eine Frau. Nein, du brauchst mich nicht heilen. Ja, ich wollte gerade sagen. Geh mal weg, ey. Was ist los mit dir? Fass mich nicht an, Alter. Ich schwöre, ich spring dich um. So ziehe, oder was? Aber mit dem Tobi aufnehmen macht immer Spaß. Man merkt, die Chimie. Ach, mit uns nicht? Der Hurensohn, ohne Scheiß. Weißt du, schfiegt deine Mutter, Alter, ey. Hat noch irgendwie einer einen Pflaster oder so? Ja, hier, mit Sponschwop. Ja. Sponschwop. Das heißt nicht. Sponschwop. Du bist ein Sponschwop. Das heißt Sponschwop. Das wollte ich mal, das habe ich glaube ich schon mal. Gummibärenbande. Ja, eine Lieblingskinder-Serie. Eine Kinderserie war, äh. Der Dustin guckt heute übrigens noch Kinderserien. Ich habe früher gerne Oggy und die Kakerlaken geguckt. Oggy und die Kakerlaken. Das erklärt einige. Ah, nein. Nein, aua. Alter, ich habe Defi, ich habe noch Defi. Ja, komm, mach da alleine dahinten weiter. Ich gucke da in die Garage. Hilfe! Ich gucke da in die Garage. Hallo, ich liege dahinten. Ich gucke da in diese verfickte Garage und dann kommt da so ein... Oh, Entschuldigung, ich bin schon in dieser Folge wieder so vulgär hier. Da musst du schon mal hier waffen. Defi, Defi. Ich muss meine Kritiken-Kritiker hier... Ist er kein Waffen? Nee. Der Pelset tot? Ich weiß nicht. Ja, Dennis. Boah. Ich glaube, der Pelset ist tot, oder? Patrick, was ist denn los? Patrick. Alter. Alles in Ordnung? Oh, da lebt er schon wieder. Ja, ist ja gut. Ich habe doch schon aufgehört. Der Tobi hat auch auf dich geschossen. Aber als er noch tot war. Ja, ich auch. Danke, Taros. Ich habe dich wiederbelebt. Ja, ich habe es gemerkt. Wenn du noch irgendwas brauchst, ne? Während mir einer ins Gesicht geschossen hat. Oh, 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 oh. Oh, oh. Boah, gib mir mal ein Medipack, ey. Was? Taros, hinter dir! Okay. Jetzt baden. Alter, ich kann auch noch aufmachen. Guck mal. Und ich bin... Alter, sag mal... Ich bin tot. Sag mal, was machst du da draußen denn schon wieder? Weißt du, kein Teamplayer, der Junge. Ja. Wir sind alle ins Haus und du gehst raus. Was ist los? Echt, ey? Du bist voll schlecht. Also, ich will nicht beim Pelset auf den Kanal gucken. Was ist Tobi? Äh, beim Taros. Ja, gerne. Ah, toll. Oh, Tobi! Weißt du, Tobi legst dich ja oft gerne in Sperma, ne? Aber in grüne Suppe hier. Ich schwimme in Kotze. Boah, das will überhaupt noch leben. Das war so, wenn ich Dennis sehe, schwimme ich auch mal in Kotze. Oh, hier ist eine coole Waffe drin. Das war wirklich... Das war, äh, was? Da, Tobi, also sowas. Hat ja, Tobi, Tobi! Du hast gesagt, die schwimmen wie in den Sperma. Was ist los? Ja. Ne? Oh, guck mal. Aber sowas, also... Boah, die können ja überhaupt nicht gut so... Also... Ich wurde ja auch von dir verletzt. So, seelisch. Körperlich. Körperlich. Rektal. Körperlich. Einen Schutzraum, ey, das ist unglaublich. Schutzraum! Alter, Tobi, dich rette ich bestimmt nicht mehr. Warum? Oh. Lass uns mal voll im Bus hier raushängen und hol mir die alle noch. Weg, du blöde Kuh. Kennt dich schon gut, mal Kotze? Ah! Oh, ein Medi-Kid. Hey. Oh, noch mehr Medi-Kids. Oh, geil. Gleich mal heilen und noch eins nehmen. Ja. Welcher Fall Horse hat die Boomer-Kotze dahingeschmissen? Welcher Fall Horse hat die Boomer-Kotze auf die Treppe geschmissen? Erklär's mir, bitte. Guck mal, jetzt können wir uns hier... Haben wir frei Auswahl. Taros, du bist der größte... Guck mal, hier liegen... Guck mal, Patrick. Guck mal, hier ist noch ein Medi-Kid. Der größte Idiot. Du kannst dir noch eins nehmen und dich dann noch heilen und dann noch mal nehmen. Warum schmeißt man Boomer-Kotze auf die Treppe? Erklär mir das. Führst du gerade, ne? Ja, ja, das zieht irgendwie. Ja, lass den... Lass den... Ja, hier, äh... Guck mal, wie er elendig in der Kotze liegt, ey. Müssen wir jetzt noch warten, bis er tot? Wie... Wie... Wenn du mein bist, rettest du ihn nicht. Oh, Pillen. Ach, der Dennis ist tot. Taros, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen mit dir. Oh, das war ja voll einfach. Ich hab nichts gemacht. Wie er die Boomer-Kotze auf den Treppe schmeißt. Was ist bei dir durchge... Was ist da geplatzt? Die Kotze. Aber die Kotze macht eigentlich dir keinen Schaden. Nö, macht's auch nicht. Nö, aber die Zombies stehen doch alle auf die Treppe. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Die schlagen aber eigentlich auf sich selbst ein. Ja, trotzdem. Wenn du da mitten reinläufst. Ja, wie soll ich denn da... Oh... Oh... Was für eine Mistgeburt der ist, Alter. Leute... Der liegt... Schütt doch mal. Komm, Paddy, schieß. Klapp, ey, schau. Ja. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Die beiden sind gut, bis sie zwei Pussis. Dafür hast du eine. Dafür hast du eine. Tschüss. Nein. Warte, jetzt war es schön mit dir, ne? War ich mit dir nicht? Ja, es tut mir sehr, aber die beiden sind gerade ein bisschen unausstehlich. Das schaffe ich nicht allein. Was passiert hier, wenn ich auf diese Kanister schieße? Nichts. Daros, es tut mir leid. Nö, nee, doch nicht. Natürlich. Schleimer. Schleimer. Macht ihr jetzt hier? Können wir mal weitermachen hier? Ich habe gerade Dreck auf dem Boden gefunden. Nein, lass. Könnt ihr mir mal einer helfen, bitte? Sofort. Wir lassen die. Der trüffelt sich voll dahin. So, wir lassen den Thomas mal ein bisschen hier liegen. Ah, Tobi. Das klappt echt so wunderbar. Tobi, was hast du gemacht? Da kommt Jockey, da kommt Jockey, da kommt Jockey. Nein, nein. Ich habe ihn, ich habe ihn. Ich komme nicht mehr. Wie Big Smoke auf dem Couch. Nein, nein. Entschuldigung. Was machst du mit dem Tobi denn da? Patrick kippt mich auf. Ja, ich muss mich erst mal hin. Alter, ey. Hallo Tobi. Oh, der Patrick hat anscheinend Rücken. Äh, der, 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 der Sascha. Nein. Patrick, ich hieß dir da. Tobi, boah, ich stehe genau hinter dir. Geiler Arsch. So, komm Tobi. Kann ich mich jetzt erst mal gerade warte? Sascha, tschüss, dann Jungs, ne? Du liegst da, du liegst da wie Big Smoke auf dem Couch, Alter. Ich komme nicht mehr klar. Du liegst da, wie scheiße das einfach aussieht, Alter. Oh. Wir werden so sterben. Sascha, erzähl nochmal, wie geht's so? Ja. Hast du noch ein bisschen... Alter, Arsch uns. Tobi, Entschuldigung. Passt schon, ich bin nur vollgekotzt. Die bringen sich sowieso gegenseitig um. Alter, das gibt's doch nicht. Bei mir und Sascha geht hier gerade richtig die Party ab, ne Sascha? So müsst ihr unbedingt auf unseren Kanälen gucken. Ich bin schon fast wieder drunter, ey. Bei Mafuyo X und beim Taros. Tja, also oben. Muff, Muff. Boah, wie krass das. Muff, Muff. Der ist Muff, Muff. Nein, Muff, Muff, das ist der Bruder. Das schaff ich nicht alleine. Guck mal, wie die uns einfach hier liegen lassen, äh, Sascha. Ja, aber es geht, es geht besser. Ich komm nicht drauf, klar, ey. Weißt du, die machen nicht immer anstalten, zurückzukommen. Oh, dann komm. Die sind in diesen Ocean-Zuart weg, die würden sowieso sterben. Seid ihr doch selbst dran schuld, wenn ihr euch die ganze Zeit gegenseitig abschießt. Der Paddy hat damit angefangen. Was? Ich? Ja, du hast damit angefangen. Könnt ihr auf meinem Kanal, ich hab Video bei Weiß. Könnt ihr auf meinem Kanal sehen. Ich hab Video, ja? Oh, ist wie dunkler. Und ich bin einfach nur der... Oh, guck mal, ein Bauarbeiter. Ich bin einfach nur der Unglückliche, der in die Schussbahn gelaufen ist. Aber es funktioniert besser so. Oh, wie geil der Sonnenschein hier gerade aussieht. Scheiße, dass ihr das nicht auf eurem Kanal habt, ey. Alter. Doch, hab ich ja. Ich kann das ja aus deiner Sicht sehen. So, hier seht ihr den Gay-Z, den gucken wir uns gar nicht an. Boah, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, wie geil. Das ist ein richtig krasses Thumbnail. War das schon wieder auch so? Tobi. Weiß ich's gar nicht. Tobi, ich sehe alles, was du machst, ne? Ich hab die Verfolgerkamera an. Ja, schön. Edward. Warum Edward? Achso. Tobi, wenn ich ans Tageslicht gehe, glitzere ich. Warte mal. Ich kann gerade nicht, ich muss gerade spielen. Tut mir da rein. Ich hab keine Mundi mehr, scheiße. Boah, jetzt greift er zum Katana. Katana, heute ist das Chinese-Version von Lepo-Bett. Ja, der Muff, Muff, wird ganz stolz auf dich. Muff, Muff. Bravo. Brrack. Wir schaffen's, glaube ich, eh nicht bis zum nächsten, ne? Was? Sei mir nicht so pessimistisch. Du rumpelst. Pessimistisch. Oh, Pille. Du rumpelst. Pille, misch dich. Hey. Pellset, hier liegen zwei Medikits. Hier liegen zwei Medikits. Oh, Medikits. Oh, die kann ich gut gebrauchen. Ich bin hier in der Ecke. Was ist denn mit mir? Aua. Hey, wo bin ich denn? Alter. Du hast uns nicht gerettet, Patrick. Doch, hab ich doch gerade. Jetzt bräuchte man nur noch Munition. Das wäre gut. Hey, wie im Fall ist das denn? Ah. Alter. Ah. Geh doch, du mieses Vieh, ey. Uuh. Die Spiele ist nichts für mich. Ich bin weg. Gott sei Dank, ey. Ey. Guck mal, die Bauarbeit ja vom Berliner Flughafen. Deswegen dauert es so lange. Bitch. 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 Wo ist die Emma? Oh, toll. Ah, fuck, das war die ja. Alter, mach weg. Nein. Geh doch weg. Boah, wie die dich auseinander nimmt. Alter, aber richtig. Richtige Bitch, ey. Bitch. Richtige Frau. Richtige Olle. Eine Tobi ist unsere. Richtige Olle. Guck mal, ich heil dich sogar. Oh. Ja, tiefer. Schnapp dir die Waffe. Was ist los, ey? Hast du los? Haar. Haar. Was ist los? Bitch. Bitch. Alter, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Krieg mal platz, die, Alter. Den ist zu, Leute. Guck mal hier. Ah. Wie ich die fertig gemacht habe, ey. Tobi, ich hab dich beschützt, Mann. Die Heim. Bist du eh noch auf dich losgegangen? Trotzdem hab ich dich beschützt. Du bist halt so frech zu mir. Glaube, ich werde etwas singen. Ich schreck mich immer wieder so, Alter. Guckst du, um die Ecke kommen, die gucken sich da ganz viele Mitarbeiter der Playmassive GmbH an. Wie zu Hause. Hilfe. Tobi. Ohne Rich. Noch eine, Alter. Was ist denn hier los? Oh, da vorne ist, da vorne ist, Sascha. Nein, nein, mach nicht. Dem helfen wir aber nicht, ne? Hab ich gehört. Ne, den lassen wir mal da drin. Wir laufen jetzt kollektiv an ihm vorbei. Ja, komm, ey, jetzt mal ernsthaft. Seid mal, ich ist solche Männer. Nein, ach nein, da war schon wieder die Rage. Nein, 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 wie kann man so blöd sein? Ja, lass Patrick liegen, ich hole Sascha eben wieder, warte. Ja, ist eine gute Idee. Tobi, äh. Ja, super. Können wir es nicht lassen, ne? Sollen wir jetzt wieder zu viert spielen vielleicht? Ach Tobi, wir hatten so tolle Momente zusammen. Achso, du liegst ja auch noch, warte. Du liegst ja auch noch. Lass mich wieder flach, dir, ey. Bitte was? Aber irgendwie geht es trotzdem voran. Sind Profis halt, ne? Ja, ich bin ja wieder dabei. Das ist alles gescriptet hier. Wir haben uns vorher einen Script ausgedacht. Wir spielen übrigens auch unglaublich. Ja, einmal erwischen sind wir tot. Mach schon wieder Sonnenschein. Geil. Ich glaube auch unglaublich. Hier ist noch eine Witch irgendwo. Ja, stimmt die gleiche Sonne wie eben. Oh, da ist es. Irgendwie ist direkt um die Wicke. Nein, Samus! Na gut, kann ich mir das Medikit holen, was hier liegt? Nein, nicht auf mich! Warum nicht auf mich? Nein! Oh, da liegt der Taurus da wieder auf dem Boden, ey. Also mit einem Samsung Active S4 wäre das nicht. Was meinst du denn damit? Auch gar nicht. Oh, oh, Alter! In die Tür, in die Tür, in die Tür, in die Tür, in die Tür! Oh, ich mach die Tür zu. Tobi, lass dich mal, lass dich mal machen. Wieso, mich draußen wieder sterben lassen? Was? Nein, wir... Nein, nein. Auf alles, immer wenn die Tür aufgeht, schießen, Tobi. Komm, ich helfe dir. Sascha, was ist denn los? Lass dich doch nicht hängen! Voll scheinheilig. Ja, lesen und schreiben. Also bei mir steht der... Plan verboten! Oh, hier ist noch eine Witch. Ich höre eine Witch. Ach, das ist... In dem Bereich stehen ganz viele von den Dingern. Ach so, lies das auch. Falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Alter, wir hatten jetzt schon wieder... Oh Gott. Wer war das denn jetzt? War nicht auf mich? Was war denn? Genau, auf den Dennis. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Weil der Tobi, 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 Tobi. Tobi, du hast doch einen Medikit, ne? Ja, ich weiß. Ich brauch's aber grad nicht. Hier ist noch eine Witch. Nein, nicht der... Taros! Was ist eine geile Reaktion. Ich brauche es grad nicht. Tobi, du wirst verfolgt. Nur so... Alter, was ist los mit euch? Geht mal weg. Alter, Tobi, ich glaube, du bist tot. Nein! Nein, nein, Tobi. Warum hast du draufgeschossen? Ich glaube, du bist tot, Tobi. Ich darf nicht sterben, ich habe doch keine Hilfe. Scheiße. Ja, wenn du draufstehst, wird die Tür zumacht. Komm schon, heil dich schnell. Nein! Nein! No! Alter, Tobi, du bist am Arsch. Bin ich nicht. Bin Daryl Dixon. Was? Ich hab nur Dick verstanden. Dick. Du kennst Daryl Dixon nicht? What the hell? Natürlich, von Walking Dead. Patrick, ich will nicht sagen, aber da ist die Witch. Ja, aber die mag mich nicht. Die bleibt da hinten. Ja, ja. Ey, warum ist Dennis schon wieder da? Boah. Hey! Warum ist Dennis schon wieder da? Ich nicht. Nein! Nein! Tobi, 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 Tobi! Du bist gut, alles gut. Wie du nur die Zunge siehst, weißt du? Komm, ich will dein Ohr ausschlabbern. Ey, was? Nicht nur dein Ohr. Ein bisschen Nuss-Bli gefällig. Willst du ein bisschen Erdnuss-Marmelade? Oh, und extra Krümeln drin, ey. Ja, ist gut. Guck, wenn der Patrick mit aller Kraft zur Tür rumpelt. Patrick, was ist denn los? Komm, ich mach die Tür auf, Patrick. Oh, Alter! Sorry! Du bist zu schnell an mir vorbeigelaufen, ich hab ne Ergeltung oder so bekommen. Das war bestimmt's. Nur, dass ich mir das Midi-Pack noch genommen habe. Wo ist denn der Patrick jetzt hin? Oh, cool, dann kann ich ja ne Pause machen. Ich trink mal was von meinem leckeren Geroldsteiner Mineralwasser. Oh, oh! Oh, oh! Gab's das nicht bei der Rewe-Crew letztens noch im Angebot? Bei Lidl! Nein! Komm, ich singe dir ein Lidl! Ich singe dir ein Lidl ein. Ja, ein Lidl. Ist bayerisch. Wir sollten hier auf jeden Fall zusammenbleiben. Ich weiß, ihr kennt das nicht, aber... Patrick, du bist grad gar nicht mehr im Biss. Hilfe! Hilfe! Ich tu, was ich kann. Alter, verpisst euch doch mal, ihr Mongolien-Kinder, Alter! Das sind alle Mitarbeiter des Berliner Flughafens. Was hast du denn gegen Dennis und Taurus? Nein, wenn schon, wenn wir mit Mongolien haben, wir mit deinen Eltern sprechen. Oh! Weil ich mein, was dabei rauskam, ne? Bei der Geburt, äh... Eieiei! Deine Eltern sagen damals... Los jetzt! Nicht quatschen! Wir müssen hoch! Nein! Nein! Ich glaub, von welchen Tank? Ja, kommen auch. Wir sollten erstmal hier rumgucken, ob wir... Schade, dass wir den Party jetzt hier am Start haben. Ja, das ist wirklich schade, ja. Boah, kriegt voll Kopfschmerzen, wenn man hier schießt, ey. Boah, voll auf den Tobi! Ja, ich krieg's immer ab, weil ich der Einzige bin, der hier noch normal spielt, ey. Das ist voll unfällig. Ja, ich bin auch normal. Guck mal hier! Die alle Wegmetzel hier! Alter, ich hatte eben noch 1 HP! Ja, aber dann kam Dennis mit der Schockgarten. Ja. Und dann hast du keinen. Aber ich wollte euch trotzdem retten, das war sehr edel von mir. Ja, aber der Grundgedanke ist ja wohl, äh... Ja, im Teamspiel ist das sowieso ja nicht. Oh, what? LADER! LADER! Noch nicht den Aufzug holen! Warum den Aufzug holen? Okay, doch, wir müssen den Aufzug holen in deinem Tank! Ah! Ah! Ich bin tot! Wenn ihr mich jetzt hättet! Ah! Pisst euch einfach! Töö, Taros! Was geht mit dir? Ähm, bin ich jetzt alleine? Ja! Schön! Ganz alleine! Ja, super! Ja, das war eine neue Folge von Let's Play! Äh, wir hatten so viele Medikits gehabt, wir hätten das locker schaffen können. Wenn ihr nicht so am Abspasteln gewesen seid! Ey, weißt du? Fick dich, ey! Fick dich, ey! Ficker, ey! Komm, ey! Ihr seid voll scheiße! Hässliche Scheißarschkinder, ey! Weißt du, wenn euch alle noch umslösen waren? Ohne Mist! Ohne Mist! Ohne Mist! Ohne Mist! Ohne Mist! Ohne Mist! Ohne Mist!